Aaaaah das haben sie echt verkrackt das ist wirklich scheiße wenn ich... ist ja echt geile Mission aber... so was wir echt wissen immer dasselbe zu machen und ich wette das... das war der Schluss EGO Jusain Bolt ца Wow! Nice! Nice Shot! зай Paulo echt hoch wie ein Gangster Nachdem ich spreche hier wie hier fertig bin, gebe ich đây ein welchen Trink aus Ha. ich kenne gut ne gute Bar 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 so ich hab grad die Luft nicht mehr angehalten so gehts ja jetzt mach ich knife only jetzt schon? ooooh komm her, komm her hat er dich knifet? ja warte, 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 bevor wir reingehen ach scheiß drauf komm her, komm her, komm her ist jetzt beide gemein? oh fuck, die ist ja noch einer habt ihr uns? ja dem einer hab ich so episch die Kehl aufgeschlitzt warte, wir warten bis wir dort hinten stehen bleiben ich den rechten hier mhm überm Kopfansatz ist es schön und 3 2 1 go die Fischer in Laten Mike Swat 3 3 2 2 3 2 1 go 3 2 go 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 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 4 5 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 6 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 k die lauze erledigt so schnell nach die UMP Echt? noch einer der da hinten rumsteht hab ihn Warte, schau mal, die UMP, wie... Also, pass auf. Zack, fertig. Na, siehste. Overpowered, mal wieder. Okay, also. Ich denke, dass wir uns hier einfach auch sehr gut positionieren müssen. Drei, zwei, eins, go. Hippisch. Geil. Wie wir schon wissen, wer welchen abknallt. Ja, siehst du meistens so, dass ich links, du rechts. Wir könnten auch hier übers Kreuz schießen. Oh, dieser Spaß da oben. Bei den Geiseln. Also, warte mal. Die müssen eh immer noch stehen bleiben. Ja, links. Drei, zwei, eins, go. Feind erledigt, weiter. Du merkst ja immer über dem Kopf ansetzen. Jaja. Jetzt kommt das Fenster, die hab ich nämlich gar nicht gesehen. Die da rechts unten, äh links unten. Ja, da war eh, da war eh, da war eh so ein Bami im Weg. Lass erstmal die, lass mal die drei. Ah ja, genau. Bleib bitte stehen. Da. So, ich nehm den links. Genau, ich mach die zwei anderen. Drei, zwei, eins, go. Einer flüchtig! Einer flüchtig! Einer flüchtig! Einer flüchtig! Einer flüchtig! Ah komm schon! Ja komm, das war's, der geht jetzt hoch. Ich hab den oben bei den Geiseln gekillt. Einer flüchtig! Einer flüchtig! Scheiße! Die müssen alle töten! Nuh, jetzt soll man wieder alles machen! Einer flüchtig! Einer flüchtig! das ist nicht so weil und ob man mit ihr bei den letzten Punkt wo er vertraut haben dann noch hat den anderen Sniper nennen es diese Mente wenn es ein bisschen das ist nicht das sind die gleichen aus dem das ist ein kleines Motto das war der auch gut ich hab's da dieser beide gestorben er wässt mich immer Lach nicht so was macht der Typ alleine hier unten? 3, 2, 1, GO! 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 4, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 4, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 7, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 3, GO! So Moment So Also 3 2 1 Go Fick dich! What the fuck? Wo ist er wo ist er wo ist er? Boah! So eine letzte Kugel warum das war scheiße knapp Und wie geht es einfach aus dem Luster Camp? Ah Spawn So Nochmal Strip Vergeistern nicht 3 2 1 Go Feind erledigt weiter Denn wir müssen drauf im Fernsehen! Bereit halten! Was Hotel Ra? Hotel Le Mans oder Manage, oder Mange, oder Monge Ok, scheisse, das ist auch so schwer Obse Ja, bitte Was ist das hier? Was ist das hier? Wo kommen die denn her? WTF? Haben die Probleme? Woher kommen die? Indeed Oh Ja, Moment noch Wir kommen gleich Hehehe Heißer Let's do das, motherfucker Let's do this, my raons To the right 3 2 2 1 Go 3 3 2 3 2 1 Go Dieser Baum, ey! Ich glaube, ich hoffe, es war dabei. Okay, sorry, schon geregelt. Ach, doch nicht. Gut gemacht. Ich warte gerne. Meisterte mich nicht. Harte ich nicht vor. Wir sind mehrere Schützen. Du reichst sich längst. Äh, umgekehrt. Mh. Leid bewegt, ich meine nicht so stark. Drei, zwei, eins, go. Fuck, wir wurden gesichtet. Achtung, mehrere Kontakte. Oh, wie wir den Typ penetrieren. Wir sind gerade überrannt. Fuck, da kommen noch mehr. Geltfeuer, Geltfeuer! Hier Alpha, wir sind mobil. Rücken Richtung Botschaft vor. Jetzt werden wir gleich überrannt. Mh, mh. Warte, 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 wo gehst du hin? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich bin gleich bei Deckung. Achtung, mehrere Kontakte. Voll blutig hier Das sei jetzt nicht schlecht gelöst Na, manne Funktioniert noch, fahrwärts Schön Kontakt, feindliche Einheiten auf der anderen Seite Alles klar? Mhm Go, go, go So, das ist definitiv meine Lieblingsmissure Das war mit der anderen Die ist auch geil, aber der Schluss hat keiner Ja, stimmt Okay Bist du links von mir, huh? Oh, dann stehe ich rechts Ja, was mein, man Drei, zwei, eins Drei, zwei, eins Go Oh, jetzt stehe ich Dieser Wasserbrunnen da vorne Mhm So Oh, Mann Jetzt dürfen wir das nicht vergeigen Ja Wir, 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 wir dürfen es nie vergeigen Ja, aber das sollte noch machbar sein Drei Zwei Eins Ja Waren noch nicht bereit, aber okay Also da Aber jetzt dürfen wir es nicht vergeigen Jetzt sind es drei, ja Ja Bist du eigentlich nur den Typen da oben schon töten? Ja, nein, das, das bemerken die doch Wir sind mehrere Schützen Wir müssen aber aus, aus, aus Leiter sterben vermutlich Okay Drei, zwei Eins Warte, warte Ja, ich sehe es, ich sehe es Gehen wir jetzt hin Okay, dann töten wir die zwei und während der Abhaut holen wir uns Also, egal, jetzt mach Drei Zwei 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 Okay, drei... Warte, 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 warte mal, ich muss jetzt das Beipode erstmal aktivieren, ich hoffe, mein Headset fällt jetzt nicht wieder. Hast du's? Äh, ja, ist gut. Drei, zwei, eins, go. Sehr schön. Alpha ist unterwegs. So, jetzt muss eigentlich nur noch der da oben sein. Gehen hoch, haltet euch bereit. Was machen die jetzt? Werden die ihn töten? Oh fuck, das ist ihm noch nicht. Alpha in Position. Oh, heilige Scheiße. Brechen auf euren Befehl durch. Moment mal, eins... Ich denke, wir hatten eins, zwei, drei... Es sind vier Typen da drin. Nein, fünf sogar. Frank? Ja? Wir müssen die alle fünf töten. Los geht's. Wir sind bereit, los. Auf drei, drei, zwei, eins, los, los, los! Auf den Weg. Coch! Boch! Ich halte das Hauptziel aus, was? Ho! Ist das Hauptziel, es war so... Da! Da, im Fenster. Erledige ich. Hab ihn. Geiseln sind sicher. Geiseln gesichert, und BIZ neutralisiert. All себе, lang versuchten wir uns! Hey, ich hab Abum-Muhammad getötet? Yeah! Boah, scheiße, war das nir... Prozent erfolgen aber die Garten sind unverletzt das Ziel wird analysiert das ganze hat er sagt diese Wartung eines Ablängsmittels bestätigt bei Abu Mohammed wurde ein Mobiltreffung gefunden auf dem sich mehr Anrufe zu öffentlichen Waren in der Nähe des Pariser Börse und den umliegenden Metristunden nachweisen lassen unsere Informationen reichen nicht aus die Art ist also bestimmen aber es wurden sich als Kräfte einsah und hoffentlich kommen wir nicht zu spät letzter Drücker ist das jetzt die allerletzte Mission ist das jetzt die allerletzte Mission und anscheinend schon m m und das ist ein Faktoren normal was ist das